Moin Leute! Das ist PicoPart mit Toni und Lars! Moin Leute, was geht ab, was geht ab? So, wir sind hier diese Figuren. Ich bin der Lila, ne? Grün! Rot! Okay, alles klar. Wer ist blau? Wer ist blau? Hä, wer ist blau? Ich bin nicht blau. Ich glaube, blau ist wahrscheinlich so ein random zugeteilter Spieler, den wir noch dazu bekommen haben in unsere Lobby. Oh nein! Nein! Egal, wir nehmen auf, passt schon. Komm! Im Pico Park müssen wir gemeinsam... Guck mal, der trägt mich. Alter, ist das cool. Wir können, achso, wir können aufeinander starten. Wir können uns aufeinander starten. Oh, was? Niemals. Geh weg, blau, du bist nicht unser Freund. Oh mein Gott, ist das krass. Ich bin cool. Hey, nein, geh von mir runter. Hey, 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 Leute. Wir müssen tatsächlich hier gemeinsam arbeiten und über dieses Ding da drüber kommen. Ich glaube, man stirbt nämlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Alter, wenn man stirbt, fällt man einfach wieder runter. Oh Gott. Ich kann aber Doppelsprung machen, oder nicht? Ne, kann man nicht. Oh Gott, das ist doch... Hey, hier konnte ich eben. Ich könnte schwören, ich konnte Doppelsprung. Ne, kannst du nicht. Hallo, jetzt kommen wir hierher. Wir müssen diese Brücke jetzt bauen. Lass. Komm, Lass, lass, komm. Wir müssen uns jetzt mal konzentrieren hier. Komm, wir müssen nur mindestens ein bisschen dieses Spiel hier schaffen. Wie soll das gehen? Einer muss jetzt rüberspringen. Lass, du schaffst es. Spring jetzt. Ja. Nein. Pst, pst, pst. Okay. Drück drauf, drück drauf. Nice. Oh. Alter, richtig nice. Oh, Schlüssel. Oh, das war das Teamwork, Leute. Oh, nice, nice, nice. Oh, was? Jetzt müssen wir hier so auf diese Plattform drauf. Es geht hoch, es geht hoch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sind wir nice. Oha, Blau spielt aber richtig nett mit. Komm jetzt! Blau! Nein! Jetzt bin ich alleine um. Okay, danke, gell. Ich hab den Schlüssel und mir geht's gut. Ciao, ciao. Mein Name ist Roman. Loll, du musst mitkommen, sonst kommen wir nicht hier weg. Aber warte mal, ich bin jetzt da in diese Tür reingegangen. Wie komm ich denn da wieder raus? Achso. Und weg. Äh? Und wieder da. Okay, okay. Ist ja gut, ich komm ja. Ich bin einfach grad weggegangen. Okay. Los, los. Los, los. Okay, alle rein, alle rein, alle rein. Ah, okay. Wie komm ich da vor? Okay, und jetzt? Was müssen wir hier machen? Wir haben jetzt zwei und eine vier. Achso, guck mal, da müssen zwei. Wir müssen dagegen schieben. Zwei zusammenschieben. Und jetzt müssen wir uns hier aufeinander. Den Schlüssel holen. Und jetzt hier das zu viert schieben. Dann müssen alle vier dagegen. Hey! Hallo, Blau, komm jetzt. Blau, Blau. Ja, was macht Blau denn? Blau will nicht mit uns schieben. Komm, schieb jetzt Blau. Blau, los. Schieben, 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 schieben. Schieb. Schieb rein. Ja! Los, mach die Tür auf. Nein. Wir kommen nicht drüber. Doch, ich bin drüber. Du bist doch grad schon reingegangen in die Tür. Lol, ich hab das gar nicht gecheckt. Vor allem. Blau ist jetzt einfach alleine. Warte mal. Wie wollen wir denn Blau? Ciao Blau. Blau hat jetzt voll das Problem. Der macht aber gar nichts. Was? Ach so, ja genau. Schieb mal rüber. Bleib so. Oh ja, so kann es sein. So, wenn ihr rüber schiebt, kann ich nämlich drauf springen. Dann komm ich zu euch. Schieb, schieb, schieb. Oh mein Gott. Blau ist ja übel nett. Okay, los geht's. Toni macht so, als ob sie so helfen würde. Dabei hilft sie gar nicht so viel. Ja, genau. So, jetzt haben wir es alle. Mit angeschoben. Danke. Ohne meine Freunde wäre ich gar nichts. Es wird schon knifflig nach und nach, ne? Ja, ja. Ich glaub unsere Ge... Da werden wir mal sehen, wie weit wir hier kommen. Es war Level 2 und wir sind schon ein bisschen am struggling. Und wir haben jemanden dabei, den wir überhaupt... Was? Okay, warte, warte, chill, chill, chill. Was denn jetzt passiert? Oh, Lars sind dumm, Alter. Das war dumm, Alter. Ey, hier oben. Hier oben, hier oben. Ja, drück mal einen Knopf. Drück mal einen Knopf. Okay. Oh, nice, nice, nice. Und tot. Hey, Roman. Ich hab auch einen Schlüssel. Drück drauf. Schieben. Schieben. Warte mal. Und jetzt? Hilft dir das was, Lars? Hä, wir müssen hier, glaub ich, drauf... Ey, Leute, Leute, wir müssen da drauf hüpfen, so. Ah, ja. Vielleicht müssen sie... Zwei, zwei und dann noch drauf. Ja, ja, ja. So kommt der durch. Nice, 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 nice. Rein, rein da, rein da. Junge, Junge, hier werden die Level durchgerusht. Was ist das eigentlich für Figuren? Wisst ihr, was ist das? Das sind so... Space Invader. Katz. Einfach Katzen, Alter. So, so sehen meine Katzen auch aus. Hier ein Bild von einer echten Katze. Ah, Katzen, Junge. Wir haben hier so richtige Katzen. Also Space Katzen. Ey, wir brauchen drei oben, wir brauchen drei oben. Sicher? Weil da drei steht? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, warte. Blau hat einfach einen Schlüssel geholt. So. Ach so, warte mal, ich glaub diese Brücke hier bricht. Ach so, da kann man dann so runter. Hä, aber warte mal, jetzt wird's nicht zu schwer. Okay, warte, chill 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 chill. Ich hab ne Idee. Nein, nein, blau bleibt. Nein, nein. Ich weiß es, ich weiß wie es geht. Genau, einer muss sich opfern. So. Jetzt springt ihr sozusagen. Bleib da, bleib da, bleib da. Einer geht nach rechts, zwei bleiben auf der Plattform. Lars geht nach rechts. Du musst gleich da rausspringen quasi. Oh, warte mal, ich komm jetzt mit drauf. Okay, passt. Jetzt alle nach rechts raus. Jetzt alle nach rechts raus. Jetzt los, los, raus, 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 raus. Los, 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 los. Oh mein Gott, wir hast es geschafft. War meine Idee. Ja, 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 klar war das deine. Okay, okay. Hilfe, Hilfe. Nein, Tony, Tony, nein. Komm drauf. Und, drüber. Oh mein Gott, Junge, der Profi. Ich hab den Schlüssel. Was wollt ihr jetzt machen? Mach rauf, mach rauf. Jetzt ist doch ein... Oh nein, nein. Jetzt sind wir einfach alle einander gekettet. Oh mein Gott, Leute. Wir sind so am Arsch, Mann. Okay, egal. Oh nein. Ciao. Nein. Leute, rettet mich. Ich hab dich. Oh mein Gott, Mann. Oh, ich bin... Ich möchte mich umbringen. Oh, Mann. Nein, 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 nein. Der Hacker. Zieh, 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 zieh. Okay, jetzt aber eins nach dem anderen. Hoppa. Hä, Blau, das macht Blau. Hä, Blau ist von dem Weg. Alter, ich kann mich einfach nicht selber umbringen. Es geht hier einfach nicht. Oh, es geht mit dem... Ah, Hilfe, Hilfe. Oh mein Gott, aber Toni ist safe, Mann. Nimm mich nach rechts. Dann nehm ich den Schlüssel mit. Yes. So, und jetzt zieht mich da wieder zur Tür. Ho, ho. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? So schnell? Nein, nein, nein. Der Blaue läuft vor. Pass doch wieder auf. Okay. Nein! Nein, Alter. Der trollt richtig rein, Alter. Ich bin komplett los. Alter, was? Der Blaue hat uns einfach getötet, Mann. Okay, Leute. 3 zu 1. Konstant laufen. Konstant laufen. Okay, okay, okay. Jetzt los, los, los. Komm, komm, komm. Oh yeah. Oh yeah. Mega gut. Nice, nice, nice. Lauf mich zum Ziel. Lauf mich zum Ziel. Oh. So, jetzt muss der Blau... Blau, mach jetzt die Tür auf. Nein, Blau, nicht umbringen. Blau, 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 nein. Nein, Blau, blau, nein. Nein, Blau, blau, nein. Nein, Blau, blau, nein. Hör auf, bitte. Bitte, Blau, blau. Okay, er macht's nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was für ein Sack, Alter. Der wollte uns gerade ärgern einfach. Alter, hat der einfach gemacht, Mann. Oh Gott. Wenn ich diese Formation nur sehe... Oh, okay. Einer muss wieder Basti-Jump? Zwei müssen Basti-Jump. Hilfe! Hilfe! Zwei mit Anschwung. Zwei mit Anschwung. Los, Lars, wir schaffen das. Warte, warte, bleib bei mir und... Lop! Ey, wisst ihr, was ihr machen müsst? Ey, wisst ihr, was ihr machen müsst? Ihr müsst aufeinander stehen und dann zusammen runterlaufen und einer wird den, den dann bekommen. Okay. Drei, zwei, eins, los! Jawoll! Ja, Roman, guter Call. Sehr gut, sehr gut. Zieht mich hoch, Leute. Ich hab den Schlüssel, yeah. Hä? Oh, warte mal. Rüber, 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 rüber. Wir müssen jetzt hochgezogen werden. Los, Jungs. Wir müssen uns ziehen. Oh, oh, oh. Warte, nein, stopp, Hilfe, ich bin nicht da. Jetzt. Warte. Warte, warte, noch mal, noch mal, noch mal, noch mal, noch mal. Ah! Rot muss ziehen, jawoll! Ja, okay. Oh mein Gott. Warte, achso, das muss man da draufschieben. Wow! Ich schieb mal drauf, ich schieb mal drauf. Passiert da was? Oh ja. Es jumpt einfach. Oh, ich jump auch. Hä, muss man das da mitnehmen so? Okay. Oh nein. Ganz schön dumm. Okay, springt da drauf. Springt jetzt auf Toni drauf. Ich hab ihn, ich hab ihn. So, so, so. Okay. Oh mein Gott. Zehn von zehn. Oh mein Gott. Alter. Ich hab Angst. Das 거지 hängt an einem Katzen-Ohr. Jetzt bin ich wieder dieser Obere, der ihr wieder die Sprung-Mechaniken machen darf. Und Toni chillt da mal wieder in der Mitte. Oh yeah. Soll ich einfach laufen? Okay, los geht's. Laufrein, lauf, lauf. Renn, 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 renn. Nein,атаin, stecken. kommen wir runter. Blau, jetzt hör auf, komm jetzt. Komm, hör auf mit dem Kinderkakel. Seid ihr bereit für Time Limits? Oh nein. Oh Gott, nein. Oh, wir müssen sammeln, sammeln, schnell. Geld sammeln, Geld sammeln. Komm mal rüber, 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 rüber. Digga, Blau hat nicht gesammelt, Blau hat nicht gesammelt. Blau. Blau hat reingekackt. Ey, wir kommen nicht an die Münzen da oben. Ich brauche hier jemanden. Alle brauchen zu zweit, wir müssen zu zweit sein. Oh mein Gott, hier oben. Los, Tony, komm schnell, du musst hier hochkommen. Wenn du hier hochkommst, spring auf dich. Komm, komm, sammeln, sammeln, sammeln. Blau, ich gehe unten sammeln. Oh, wir haben noch sechs Sekunden, sechs Sekunden. Holt die zwei letzten. Ich versuch's ja. Los, los, ein, zwei Sekunden. Wir scheißen den Schlüssel. Oh mein Gott. Was, wir müssen auch noch den Schlüssel holen? Ja, wir müssen ja noch in die Tür reingehen. Okay, jetzt, go, 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 sammelt. Sammeln, 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 sammeln. Blau, grünen, wir machen oben. Okay, los, unten rechts, unten rechts. Los, 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 wir haben noch sieben Sekunden. Aufmachen, aufmachen. Oh mein Gott, mach die Tür auf, mach die Tür. Nein, oh mein Gott. Blau ist mir richtig ins Herz gewachsen. Falls euch blau auch ins Herz gewachsen ist, Leute, unbedingt einen Daumen nach oben dalassen. Ich bin auch blau. Oder falls ihr auch blau seid, gib einen Daumen nach oben. Ich bin auch blau, Leute. Nein, nein, nein. Was müssen wir machen? Ich habe links hier so ein... Tony, 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 Tony. Hilft euch das? Ah, ihr drückt alle Knöpfe, drückt alle Knöpfe. Ich komme da oben nicht dran. Guck mal, ich komme da nicht dran. Ich brauche Hilfe hier oben. Bitte, 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 bitte. Tony, spring auf blau. Ja, ich bin da oben. Nein. Spring auf mich, los, da hoch. Okay, hierhin, den, den. Okay, blau hat unten gedrückt. Gibt es da oben noch mehr? Guck mal, bitte. Einer muss in der Mitte laufen. Ich laufe in der Mitte. Ah, hier gibt es noch ganz viele. Okay, okay. Ich muss jetzt nochmal gleich kurz zurücklaufen. Und wieder zurück. Renn, 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 renn. Zurück, zurück, zurück. Lauf zurück, Tony. Okay, okay, okay. Los, jetzt alle vorwärts, alle vorwärts. Und jetzt alle vorwärts. 10 Sekunden. Los, 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 schnell, schnell. Komm schon, blau, mach die Tür auf. Blau, mach rauf. Ich hab'n es. Blau. Rauch, geh da rein. Jawohl. Let's go. Okay, los, 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 los. Ich geh einfach direkt weiter. Irgendwas oben, irgendwas oben, safe. Geh jemand hoch? Okay, okay, okay. Ich glaub hier unten. Ich brauch jemanden nochmal hier. Oh nein, wir brauchen jemanden. Wir brauchen mehr Leute oben. Warte, einmal, einmal ganz rechts durchlaufen. Einmal rechts durchlaufen, bitte. Okay, ja, ja, ich renn, ich renn, ich renn. Mal gucken, wie weit das geht. Okay, wir können hier wieder stapeln. Lass mal hier hoch stapeln. Das wird nix, Mann. Das wird Rippchen mit Kraut, Freunde der Nacht. Wir müssen schnell Knöpfe drücken. Drückt mal jemand Knöpfe? Nice. Hier, los. Ihr müsst den schieben. Und den Schlüssel oben, den Schlüssel. Warte, ich hol den Schlüssel. Ja, du kannst da ja drauf. Ja, ich mach doch schon. Ich hab nur ein paar Sekunden extra geholt. Okay, und jetzt die Knöpchen. Und jetzt die Knöpchen. Knöp, 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 Knöp. Boom, 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 boom. Los, 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 los. Nee, ich hab noch keinen Bock. Kein Bock, tut mir leid. Roman, mach jetzt. Komm da jetzt runter. Ist mir nicht spannend genug. Oh mein Gott, Alter. Jetzt kommt Gimmick, Gimmick. Gimmick, Gimmick, Gimmick. Ich hab so einen Stab, Leute. Ich hab auch so einen Stab. Aber ihr nicht. Oh, okay. Lauf mal ins Wasser rein, oder? Ich glaub, du kannst, dass du diese Dings damit wegschieben, die Wellen. Probier mal, die Wellen damit wegzuschieben. Du hast ein Schild, du hast ein Schild. Okay, ich geh rein. Oh mein Gott, ach so, das ist ein Laser. Okay, ihr müsst jetzt durch. Aber wenn du weggehst, dann sterben wir. Nein, dann passiert ihm nichts. Jetzt muss einer, oh, Dach oben machen. Blau muss oben sein. Oh nein, was? Das ist richtig dumm, Alter. Schutze, schütze. Ja, shit, was? Ey, Roman hat uns einfach gekriegt. Er wird ein Triple Kill, Alter. Find ich nicht lustig. Pass auf, der macht... Nein! Du musst als letztes gehen, Blau. Blau ist so gemein. Er ist schon wieder. Och nee. Warte, und jetzt laufen wir in einen geraderen Turm. Das muss aber gerade, gerade sein. Das Turm muss gerade sein, ja. Okay, perfekt, gerade. Nicht mehr bewegen. Oh, Alter, das ist satisfying. Alter, das ist übel satisfying. Richtig nice, Alter. Let's go. Und der Schlüssel ist auch schön oben. Okay, rein da jetzt. Nice. Diese Spitze stört mich. Oh Gott, was ist das denn? Alter, wir haben so Flugzeuge. Alter, Alter. Erstmal gegen eine Wand fahren, Alter. Let's go. Komm, gib mal Gas, du. Gib mal Gas. Oh yeah. Ah, warte, hier, hier, hier. Okay, Leute, langsam. Hä? Okay. So viel schieben. Schieben, schieben. Oh, warte. Der Schlüssel. Hab, 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 hab. Hast du? Grün hat, grün hat. Ja, äh, äh. Okay. Okay. Es erinnert mich so ein bisschen an Flappy Bird, Mann. Ja, stimmt. Ja, oder an... Oh, war das knapp, Diggi. Geh da rein. Junge, rein da. Macht mal Platz mit eurem Diggi. Macht auf, Mann. Professional Gameplay ist das hier. Professional. Minus. Oh nein. Oh, was? Ich will auch kleiner werden. Ich bin so groß. Oh mein Gott, wie riesig bist du. Oh mein Gott, wie cool. Aber das bringt dir halt jetzt nichts. Geh mal so weg. Aber ich bin so riesig. Wir lassen Blau durchspringen, warte. Lassen Blau durchspringen. Einer muss von uns noch größer werden. Zu groß, zu groß. Blau, zu groß. Noch größer, Lars. Du musst noch größer werden. Noch größer? Noch größer, noch größer. Stopp. Jetzt stellst du dich nach ganz rechts. Toni, du musst jetzt kleiner sein als Lars, aber so, dass ich noch gerade drüber springen kann. Roman ist einfach so mini. Nein. Oh, nice. Nice. Oh mein Gott, ihr seid die Beste. Oh, alter. Alter. Alter, übel, der Jeep. Aber jetzt brauchst du drei. Was? Wir brauchen jetzt noch zwei Leute da oben. Also muss jetzt noch jemand. Okay, dann muss ich mich noch mal kleiner machen. Ach so, warte mal. Ach so, warte mal. Ihr könnt doch auf einer kleinen Person draufstehen und dann wächst der einfach. Ah, das sieht so sauber aus. Junge, jetzt bläst der sich auf wie ein Ballon, sag ich dir. Oh, wie krass. Lars, das war so smart. Oh mein Gott. Alter, Lars, richtiger Smarty Boy. Hä, wie bekommen wir lau? Ach so, da geht es jetzt auf. Nice, Mann. Kann ich so groß da rausgehen? Das wäre voll witzig. Ich komm schon. Versuch mal. Blau, jetzt komm jetzt, Mann. Mach auf das Ding. Da geht einfach, dieser Riese geht einfach in diese Tür rein. Hör mal dagegen schieben. Nur Lila kann schieben. Nur Lila kann, ach so. Nein, Roman. Okay, alles gut, ist ja gut. Nein, Roman. Oh mein, da oben ist nur Blau. Ihr könnt mich hier nicht alleine lassen. Ey, Blau, du musst mich runterschieben, bitte. Ja, Blau musst den Stein schieben. Bitte, Blau, bitte. Bitte, Blau, bitte. Schenk mir dein Herz, bitte. Aua, du *** ist mir auf den Kopf gefallen. Ich kann hier den groß schieben. Ich glaube, ich muss den. Oh, warte, 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 warte. Stopp, stopp. Ich schiebe dann auf dich drauf. Der muss da drauf, ja. Und der Grüne geht dann da drauf. Jetzt bin ich eingesperrt. Alle ruhig bleiben, alle ruhig bleiben. Bleiben sie ruhig, bleiben sie ruhig. Rien kommt und schiebt. Und jetzt muss Rot unten weiterschieben, damit wir nochmal Blau runterholen können. Ah, Blau holt runter, weil sonst können wir nicht an Schlüssel dran. Blau, Blau, komm schon, komm schon, komm schon, konzentrier dich, Blau, okay, weg vom Schlüssel, geht's in deinem Ding? Komm schon, Blau. Blau? Ah, nein, 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 oh Gott, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, glaube ich. Okay. Okay, aber jetzt muss Toni, jetzt hat Toni einfach das Problem, dass sie zu weit gelaufen ist. Weil wir wissen ja noch nicht, wo die Tür ist. Oh Mann, wie machen wir denn das jetzt? Hä, okay. Ja, klar, cool, guck mal, man kann die Grünen sogar besuchen. Ja, okay. Das ist unser erster Retry, Leute. Okay, okay, Konzentration, ich fang an, ich fang an. Ich schieb dir das Ding jetzt da drauf. So? Jetzt kommt der Grün noch mit drauf. Jetzt Grün muss auf Grün dann drauf und springt mit Blau zusammen da hoch. Dann kann Rot durchschieben, dann schiebst du Grün auf Grün. So? Und jetzt schieb Blau noch auf Grün drauf. Okay. Okay, jetzt könnt ihr euch da draufstellen. Schieben, schieben. Schnapp dir das Blau, schnapp. Und du musst jetzt aber, Lars, das grüne Ding gleich nochmal auf unseren Turm weiter drauf machen. Okay. Okay, drauf, drauf, drauf das Ding. Okay. Warte, warte, nicht zu weit schieben, nicht zu weit schieben, nicht zu weit schieben. Wir müssen so eine Brücke machen. Genau. Deswegen, äh, Lars, du kommst jetzt runter. Genau, und dann machst du so eine Treppchenform. Ganz vorsichtig. Okay. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Roman. Roman, hör auf damit. Roman, Roman, bitte nicht. Ich will das nicht nochmal machen, bitte. Roman, hör doch auf. Alter. Hör doch auf, jetzt. Okay, Lars, lass, lass, du musst den oben noch ein bisschen verschieben. Oh mein Gott, wie steht der? Okay, nicht zu weit, nicht zu weit, oder? Nicht bewegen. Das geht. Passt doch. Aber du musst den grünen noch. Oh mein. Ich hab's, ich kann's. Okay, ich bin oben. Das geht. Warte, warte, nicht. Okay, es geht gerade so. Es geht gerade so. Oh mein Gott. Wartet. Mit Anlauf. Oh Leute. Oh mein Gott. Lars, du musst da weggehen, Lars. Ich komm nicht hoch. Ey, ich sag euch, als grün war es richtig schwer. Oh mein Gott. Grün hat es richtig schwer gehabt. Ich musste mit feinen Fingern. Komm jetzt da rein. Komm jetzt da rein, blau. So. Okay. Meine werten Damen und Herren, das war tatsächlich Pico Poark. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Falls ja, gebt doch einen Daumen nach oben. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Schaut im Shop vorbei. Das waren Tony Lars und der Hacker. Danke an den Hacker. Wir sehen uns, Leute. Danke an den Hacker. Ciao, ciao. Tschüss, Leute. Ciao.